Mein Name ist Tore BNB-Lehmann, ich bin Teilzeitlehrer und Rainbow Six Siege eSport Kommentator und ihr seid coole Jungs, die was Gutes hier in Düsseldorf machen. Ihr habt hier mit dem GG eSport und Gaming Union Zentrum ein wundervolles Projekt mit super guten Leuten. Kommt alle her, supportet das. Das ist ein wichtiger, wichtiger erster Schritt, da das Gaming endlich in Deutschland anerkannt wird. Kommt von zu Hause her, spielt zusammen und seid immer fair zueinander.